Einfach eine positive gesellschaftliche Entwicklung, weil man nicht durch Erwerbstätigkeit welcher Art auch immer schauen muss, den Status quo halten zu können, sondern sich einfach persönlich entwickeln zu können, egal auf welcher Ebene. Und deswegen trete ich für das bedingungslose Grundeinkommen ein, weil es einfach positive Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Und dafür sollte man wirklich nicht nur das Volksbegehren unterschreiben, sondern sich auch wirklich einsetzen dafür.